Das Jahr 2028 Mit den Piraten haben wir es geschafft, unsere Freiheit im Freistaat Bayern zu bewahren. Jeder kann sich im Internet frei und unbeobachtet bewegen. Denn das Briefgeheimnis gilt auch für unsere digitale Kommunikation. 2013 war das noch anders. Damals wurden wir alle grundlos überwacht. Aber das kannst du heute ändern. Die Zukunft liegt in deiner Hand. Deshalb am 15. September Piraten in den Landtag wählen.